Was kostet eigentlich hier eine Grabstipp? Aber Jude sind sie schon, oder? Der Beweis ist es nicht unbedeckt. Wir sprechen zwar jüdisch, aber... Aber was? Eichmann sprach auch jüdisch. Warum gehen Sie nicht zum Geburtsort Ihrer Familie? Ich fahre dich. 1000 Euro plus Benzin und Spesen. 400 Euro. 700 Euro plus Benzin und Spesen. 500 Euro. Plus Benzin ohne Spesen. Könnten wir uns darauf einigen, dass im Auto nicht geraucht wird? Du versuchst zu beweisen, dass du ein echter Jude bist? Du stopfst dich dann mit Schweinefleisch voll? Das hier ist eine 1a Chance. Warum nutzt du sie denn nicht? Sei still! Nichts weißt du gar nichts! Es geht doch um seine Identität. Ich habe sie mein ganzes Leben lang geleugnet, diese Identität. Ich mache euch fertig! Beruhige dich! Es gibt bestimmt eine Lösung. Was ist denn für eine Lösung? Wenn du vergessen wolltest, wieso hast du sie nie wegmachen lassen? Diese Nummer ist das einzige, was ich noch habe. Ich mache euch nicht.